Was ist denn das? Sind wir irgendwo Kisten? Ich sehe hier echt keine Kisten. Haben wir nur Pech mit der Map oder ist das normal, dass hier so wenig Kisten sind? Ah, vorhin waren total viele Kisten. Da war eine Kiste, das waren nicht total viele. Alter, wie viele Goldkisten unten waren. Äh, im Dungeon. Im Dungeon meinst du, aber nicht in der Hölle. Ey, die Höllenfledermäuse, die gehen mir auf den Senkel. Miep. Da hinten ist eine. Eine Kiste. Ist es da bloß drin? End of the Generation. Klimi, was hast du denn? Was machst du denn? Magic Power Dingens. Oh, crap. Nein. Nein. Aua. Aua. Es wird wehgetan. Mann. Klimi. Klimi, was machst du denn? Klimi, was machst du denn? Magic Power Potion. Da krieg ich nen Buff, dass ich mehr Magie Schaden mache. Das ist auch cool. Irgendwie redet Klimi nicht mehr mit uns. Ja. Ach echt? Ja. Echt. Ich gammel hier unten. Das finde ich toll. Oh, 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 oh. Und jetzt weg. Zu viele Fliegen gefarmt. Wieso habe ich kein Ding, dass ich nur noch, dass ich auch kein Knockback Damage krieg. Knockback. Knockback. Ja, Knockback. Komm mal hier drüber. Ja, ich baue mir jetzt da unten mal ne kleine Base hin, ey. Dani? Ja? Ja, ich hab ein leichtes Fliegenproblem, die mich irgendwie... So, das bräuchten wir alles für so ein... Aha, das Lava. Durchaus. Durchaus, mein Freund. Ja, haben wir kein Wasser oder so, dass wir hier alles fluten können? Nein. Das ist nicht gut. Dann gehe ich welches suchen. Bis gleich. Machst du das? Ja, mach ich das. Das bräuchte ich noch alles um so ein Kackbett zu machen. Wow, hier ist so ein Lehmannvieh. Ich komm doch mit dir. Nein, 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 nein. Ich hab mir alles belegt. Bleib es weg. Äh... Ja, so viel dazu. Äh... Das ist bitter. Dann rennt hier oben auch noch so ein knuddeliges Häschen rum, um uns zu verspotten. Ach so. Aber wir haben... Aber wir haben ne Dark Lands gefunden. Der Arms Dealer, der ist ja immer noch nicht da. Können wir noch andere Lanzen machen? Ja. Ich dachte aber, dass er gekommen ist. Er hat uns das Spiel angelogen. Ja, eindeutig. Er hat uns da. Ich bin erinnert. Er hat uns die Flöcher... Der ist ja auch nicht. Er hat uns da. Er hat uns da. Er hat uns da. Prozent 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 Aua Aua Ja da kann man nicht überleben in der Hölle Ach komm Roll nicht drum Genau Mimimi Mimimi Das ist die Hölle in der Hölle Das ist die Hölle in der Hölle Echt die Hölle in der Hölle Oh ich hab ganz viel Wasser gefunden Wer hätte das gedacht Ich würd mal interessieren was brauch ich denn als für so ein Bett zu machen Das Wasser leite ich mal hier unten irgendwie rein Machste das Ja mach ich ja Okay ich kann mal Meteoritmüll erstellen Gut Meteoritmüll oder schlecht Meteoritmüll Was brauch ich denn für so ein Bett? Sagt mir das mal Nö Für was? Fünf Bett was brauche ich denn da für alles? Fünf Silke oder so und Holz Okay dann habe ich das jetzt ja geil Ein Bett Was wirst du mit dem Bett? Das wirst du mit dem Bett Das wirst du gleich merken Wirst du gleich alles sterben? Ja Wirst du denn alle sterben? Ja Wirst du denn alle sterben? Damm Scheiße Nervig Jo Aber Scheiße trifft sie auch Dann würde ich auch sagen Da ich ja immer noch Knockbuck Damage krieg Das sind die ganz besonders toll Lass mich Weil die Schubsen einfach rein So schöne Lava rein und so Damm da Mist Oh Habe die nächste Kiste erwischt Ach was zur Hölle Matt verhält sich jetzt genauso wie wie Sand also das fällt runter Ist mir grad so aufgefallen als ich es über mich bauen wollte Nö Aha Wir sind mir nicht grad in die Lava gehüpft Ich Idiot Jetzt wurdest du gerade eben ersandet Oder was? Nö Fast Das ist bitter Ich will so tolle Items My goodness I'm good but I'm not that good Auf was spielst du damit an? Naja ich kauf mir mehr Heiltränke Mach das Probier mal das ganze nochmal Hallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ich komme! Vielleicht wird es so ein wenig einfacher. Da konnte ich wieder atmen. Unwohl! Wir sind Fische mitten in der Luft. Ja, Tom, wir wissen es jetzt. Ja, wir wissen jetzt, wie toll du bist. Okay, Tom. Okay, Tom. Kannst du mal irgendwie machen, dass das Wasser ordentlich fließt? Ne. Das steht irgendwie. Und pack das wieder rum. Ja, nur wenn wir bauen. Das kommt hier unten irgendwie nur so tröpfchenweise an. Passt schon. Nein, passt nicht. Das ist nämlich mal eine Expedition. Ich möchte aber nicht gestört werden. Boah, das ist echt... Aber jetzt mach mal das Wasser heile. Hier kommt gar nichts mehr runter. Ja, mach ich gleich. Aber ich muss erst mal hier meine Expedition weiter... führen oder zu sterben. Ja, auf deine Expedition kannst du jetzt mal eben machen. Expeditione! Ja, Tom, du bist cool. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Müsst du nicht sagen. So. Hm, mich wundert es, wieso an meiner Hütte irgendwie so ein Brunnen aus Lava ist. Ähm, ich hab's geschafft. Den riesigen Sprung. Heroic Leap. Was passiert, wenn ich jetzt den Block wegnehme? Auch bekannt als Leap of Faith. Na, das wäre nicht gut. Hm, nicht? Nee. Ich würd mal interessieren, ob hier unten auch NPCs hinkommen. Wir können uns mal in der Hölle eine Basis bauen. Doch, theoretisch ja, wenn die die Feuerblöcke überleben. Komm mal hin. Tom, komm mal zu mir, dann siehst du mal, was hier schon steht. Ein Bett. Ja, das kannst du sogar schon setten. Spawn Point. Ja, das ist voll nicht schwer. Lass mich ja so sagen, meine Expedition war ein voller Erfolg. Hero, kannst du machen. Das kannst du als Spawn Point setten. Und das Tolle ist diese scheiße... Oh, 29 Restoration Potion. Nice. Diri's Dawn, 200 AP und 200 Mana. Das ist toll. Das ist ein voller Erfolg. Boah. So, jetzt bin ich offensichtlich unter dem Dschungel. Der Dschungel reicht bis zur Lava runter. Bis zur Hölle. Der war letztens aber auch fast so. Der war auch schon so am angrenzen, der Lava. Nein. Pfff, verdammt. Na, aber ich glaub, mehr kann ich jetzt auch hier nicht mehr erreichen, ne. Viel mehr gibt's da nicht. Ich hab jetzt so viele Truen da durchschaut. Ach komm, Tom. Ich geb's auf. Ach, da ist der Armstealer. Ja, komm mal zu uns, Mann. Das ist echt chillig hier unten. Ne. Illegal Gun Parts. Oh. Nein, nix illegales. Glaub ich. Glaub ich, wir können uns mal was ercheaten hier. Wieso? Wieso? Wir brauchen einen Platinum. Ich hab Platin. Gib mal her. Aber ich hab nur drei. Ich werd dann gleich mal im Internet gucken. Ich wollte das nicht trinken. Das ist Verschwendung, wenn ich die trinke. Komm mal her. Aber wie komm ich denn nach oben? Ah ja, einfach sterben. Okay, warte. Spiegel vielleicht benutzen. Ich hab keinen Spiegel vielleicht. Das ist vielleicht nicht gut. Der ist auf einem anderen Charakter. Ah. Stimmt, das ist halt, ja. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht mein ganzes Platin verloren. Wie viel Geld hast du? Drei Platin. Gib mal her. Alle drei, fünf, 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 fünf. Stopp. Illegal Gump als Drei Platin. Okay. Kauf mal ein. Kauf mal ein und gib mal ein. Kauf mal ein und gib mal ein. Okay, hab ich. Gib mal her. Nö. Okay, jetzt weiß ich, was das Sprudeln, der da unten war. Das war ein Schleimvieh hier. Ja. Ja, ich weiß. Gib mal her, Dani. 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 Aber ich bin egoistisch. Ich durchsteh' dich mit meiner Lanze. Bist du mir die illegal... Mit den Gun-Parts kann man nicht viel machen. Ich glaub, die muss man irgendwie... Ja, da steht nicht umsonst Material. Ach so. Kannst du mir mal all deine Knochen geben? Jo. Bist du vielleicht nach Dämonit-Erz? Ich hab nen Goll-Fisch. Ah. Spinnweben. Ähm. Nö. Dämonit-Erz nicht. Vielleicht muss man ja mehrere von diesen Gun-Parts kaufen. Glaub ich nicht. Kauf einfach mal drei Stück. Nee, was ich glaube ist... Bad of Star-Powl. Ich hab gar kein Platin mehr. Ich hab mein ganzes Platin unten verloren. Autsch. Nö, egal. Spinnweben und Knochen brauchen wir angeblich. Wir brauchen ein paar mehr Spinnweben, glaub ich fast. Und was kann man mit diesen Gun-Parts machen? Spinnweben sagst du. Ich schau mal kurz was hier. Nix von gut, meine lieben Zuschauer. Unsere lieben Zuschauer. Ich bin hier gerade mit High Speed auf der Terraria-Wiki und schaue, was es hier alles gibt. Necro-Helm, Brassplate, Briefs. Ja, das sind nur Knochen... Wow, wie viele Knochen wir dafür brauchen. Wir müssen nochmal in Dungeon, auf jeden Fall. Wieso, wie viel brauchen wir dafür? Man kann auch das Link-Set holen und so weiter mit Farbe und so. Das Necro-Set, Knochen und Spinnweben. Spinnweben brauchen wir noch ein bisschen. Haben wir zu wenig. Wobei, ne, Spinnweben haben wir genug. Wir brauchen aber noch Knochen. Ah, man kann daraus eine Sandgun machen. Ja, den Necro-Helm kann ich mir jetzt schon machen. Aber dafür brauchen wir einen normalen Ofen. Ne. Warte, ich zieh mir das Ding mal an. Hallo. Wir brauchen noch fünf Topats, haben wir, und irgendwie noch so'n unbekanntes. Und Hellstone, äh, ne, Meteorit brauchst du. Dann kannst du dir so'n scheiß Laserschwert machen, aber mach das dir nicht, das ist kacke. Aber den Necro-Helm, der macht irgendwie weniger die Fans. Äh, echt wie? Was zur Hölle? Wir brauchen so'n, so'n Anti-Lion. Ent-Lion. Haben wir, wo gibt's schwarze Linse? Ja. 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 Ja.